Nö! Schnell raus. Hat da niemand gemacht. Haha, hat da niemand gemacht. Buhh. So. Lass mich schön wieder craften. Ich will jetzt die Decke fertig machen. Ich bin auch dafür, dass wir so Stück für Stück dann vielleicht die Holzwände mit Cinder Walls auswechseln. Okay. Oder eben halt nur so einen kleinen Panic Room haben, der mit Cinder Blocks ist, der quasi unzerstörbar ist. Okay. Einfach für das, wenn die wirklich die Base zerstören sollten, dass im Endeffekt in der Mitte noch ein Ding ist, wo sie zumindest nicht so gut zerstören können. Ja. Ohne Scheiß, ich habe mir auch schon so etwas überlegt, wie so ein Panic Room. Das wäre ziemlich cool, ja. Auf jeden Fall. Hubschrauber. 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 Doch, ich höre was. Hubschrauber. Kannst du hier drüber? Ja man. Little Bird. Ziemlich nah. Was sollen wir machen? Ich habe keine Waffe dabei. Okay, der kreist hier. Der geht runter. Der guckt, der guckt. Der ist kaputt. Zwei Stück. Weiß, Alter. Mein Name ist Jeff, wurde getötet. Das ist ein bisschen einer gewesen. Mach die Tür zu, ja? Ja, mach zu. Abgeschlossen. Ich rüsste mich eben kurz aus. Am Safe. Da schießt er. Einer von denen. Ja. Komm, kannst du es sehen. Puh. Zeig mal. Nice, Alter. Hast du richtig gut gemacht. Ohne Scheiß. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. So nice, Alter. Es waren nur zwei, oder? Es waren nur zwei. Aber du weißt nicht, ob der eine wirklich mein Name ist Jeff. Ja, der eine. Ich geh mal ran. Warte, ich komm auch. Boah. Bidest du immer noch? Ja. Awesome, Alter. Ohne Scheiß. Danke Scheiße, Mann. Ich hab dich da aufgenommen. Echt nicht? Aber ich hab aufgenommen. Ewie geil, Mann. Alter, nice Scheiß, Mann. What the fuck, ey. Das ist mal wieder ohne Scheiß 5 Minuten DayZ, ne? Ohne Witz, ohne Witz. Ja, der hat auch eine M110, ich save das mal in kurz. Ohne Scheiß, der auch, Mann. Und Key. Ach, wurde wahrscheinlich für den Helikopter. Ja. Alter, ohne Scheiß, Mann.